Hallöchen und wieder ein herzliches Willkommen zurück zu DFINITY THE ORIGINAL SIN mit dabei ist wieder mal der Sam Samuel und wir haben ja neben einem Haus ich gehe mal kurz rüber hier in diesem wunderschönen Haus wo wir die erst mal Raila getroffen haben die ich glaube die geliebte von dem Mordopfer oder irgendwie so da haben wir gerade noch gehandelt der Sam hat quasi alle seine Besitzfirma verschenkt weil er so ein gutmütiger und herzensfroher Mensch ist kein Geld dafür verlangen und da wir da wir im Sinne von Tauschhandel und Partnerschaft dann dachten aber sie kann ja irgendwas gewisse Gegenleistung erbringen haben wir einfach ihr Obergeschoss also quasi erstes Obergeschoss geleert ja so ein paar Diamanten eingesteckt im Sinne der von Partnerschaft und guten Willens ich denke mal damit wird sie kein Problem gehabt haben nö ich denke auch nicht und hier ist ein Huhn hier ist ein Huhn ich versuche es mal anzuquatschen was ist eine geile Stimme Detective Kipp übernimmt den Fall ist das ein geiles Huhn ich wette es ist bestimmt eine Anspielung auf irgendwas weil ich mir fällt ich wüsste nicht auf was das ist natürlich die Frage wo wir diesen heiligen können vielleicht weißt du sie den hier aus ich weiß mal nicht weiter ich weiß mal nicht weiter wir gehen mal hin hier sind auch hier sind auch noch eine Request hier ist A-Roy's Arbeitszimmer haja na dann müssen wir sogar zu dem A-Roy's ja na dann na dann ach da ist er ja rein mal mit dem A-Roy's hier was haben wir hier dann? der so genannte Sourcehunter eh? ja okay sehr nett schau was du musst in Cyseal aber nicht machen und nicht über Jake's Ermordung sprechen Gott ist ein witzig ein Politiker schnappt es und alle sind in einer Entschluss witzig ich habe dem Wieserbrot von Ahu nicht zu beobachten du musst einfach für Sourcehunter nicht aber trotzdem ich will in der Lübe verstehst du? ich bin in der Handlung dieser Stadt nicht mehr Cecil nicht Ahu und definitiv keine Hot-Shot-Sauce also investigiere Jake's Tod die Szene des Krieges ist auf dem King-Crab Inn du kannst den Guard sagen dass du meine Möglichkeit hast zu entkommen jetzt mit dir Esmeralda die es 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 die Off 기다�uyu die und klaim mit einem direkten Gesicht, dass Ihr Ordner niemals falsch getötet hat und alle erhebte. Übrigens, aber ich stehe nicht für dieses Nassens. Wenn Sie die Beweise vor mir bringen, werde ich sie mit perfekten Objektivität evaluieren. Die Legion betrifft auf Riesens, die in der realen Superstation hat. Oh, sind wir hier ungesehen? Yeah! Leer? Leer. Leer. Ruhe mit Beweisen. Alle leer. Na, super. Ich geh mal nach oben. Ja. So n... so n... so n... Oh, hier ist sogar der Aru, dieser Katzenzauber. Ah. Mal anquaschen. Mal anquaschen. I hope your quest fares well, dear Hunter. Okay. Unnichtig. Ja. Kann eigentlich rausgehen. Jo. Guck. Wir sind in den Keller, kann man auch nicht? Gibt's da auch noch was zum Klauen? Vielleicht noch ein paar Gefangeln, die wir auch freilassen können. Guck mal. Oh, hier ist ein Legionär. Was? Keine Rede mit diesen Skandrels? Kriminale Skam? Oh, da liegt aber was. Nicht erreichbar? Ach, man kann nicht hier... Hä? Was denn? Man kann nicht die dumme Tür nicht, weil der Idiot da steht. Oh, wie ärgerlich. Hey, welche Tür? Na egal. Sonst hätte man noch ein Rezept haben können. Oh, gut. Kann man nicht ein andermal einsammeln? Oh. Oh, das ist ein Ratter. Ich kann die Ratte nicht ansprechen. Oh. Doch jetzt. Die Stimmen von den Kindern sind auch cool gemacht. Das stimmt. Ach, hier komme ich auch nicht durch. Als nächstes sollten wir wahrscheinlich wieder rein in... Wo bist du denn? Du bist schon wieder oben? Ich bin einfach nur rausgegangen. Schon vor die Tür. Achso. Achso. Dann, dann, da dort. Hm. So. Gleich gleich mal einklicken. Ähm. Wo ist der Bild? Tatordnung. So. Oder da der Lied, so ein... Ich sehe da schon Steinen drin. Dir diesen, diesen merkwürdigen Stein. Hm. Wenn du in das blutige Zimmer reinguckst, dann liegt er mitten im Zimmer, die so ein blauer Stein. Ja. Ich musste schon unterwegs sein, oder? Ja. Hast du ihn wie gewonnen? Äh, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ist zurzeit praktisch, wenn man einfach hinklicken kann. Ja. Das stimmt. Ja. Warte mal auf dich, bevor ich ihn anquatsche. Na. Super kurz. Hier gibt's nen Keller. Seh ich gerade. Ist das ne geile Melodie hier? Ist das ne geile Melodie hier? Ist das ne geile Melodie hier? Ja. Ist das ne geile Melodie hier? Ja. Das stimmt. Ja. Hier in dem Gasthaus ist vergeil. Ist jetzt... äh... Was ist jetzt auf den gelaufen? Ich... 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 Du hättest was. O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Hör, mach' das. Ich hab' mit Aurois gesprochen. Lasst mich bitte hinein. Nicht genau die kommentgelige kaltete Projekte. Hör, hör, hör. Hör, hör, hör. Nicht genau die describe, die die oben gerобщеe Hörstücke. A-Hör. Sie schlafen die zwölkische Tatsache. Heyhe, ey. Wie dünnst du jetzt durch den schönsten magischen Tatort schlettern. Oh! Äh. Nein, mein Charakter ist wegen des Zuhörungs stehen geblieben, mitten auf dem Weg. Aber da ist glaube ich nicht so weit weg. Warte auf, will ich. Du siehst mich doch. Wow. Oh, ich habe immer eine Erfahrung. Ihr habt einen neuen Raum in eurer Heimstätte freigeschaltet. Okay, nett. Ja, der blaue Stein hier. Ein aktiver Stein nehme ich trotzdem mal auf. Oh, eine Truhe, nehme ich auch mal auf. Verschlossen, äh, wo ist denn diese Möglichkeit, das zu... Mal sehen. Ich muss gerade mal gucken, ich habe glaube ich sowas irgendwo. Wenn du Rechtsblick und Schlossknacken machst, dann müsste es funktionieren, wenn du ein Dietrich hast. Ich glaube, ich muss die Fähigkeit nutzen. Ja, so klappt das. Hä? Wie sehe ich dir, Dietrich? Hä? Jetzt? Mach doch einen Rechtsblick. Geh nicht. Schlossknacken, alles ausgegraut. Oh, Mist. Vielleicht hat die Fähigkeit fehlt in der Skill-Dellebezogung. Ich glaube, ich habe hier was... Nicht, dass ich wüsste was ausgewählt davon. Hm. Hast du die Skill-Fähigkeit? Nein, ich glaube nicht. Geh mir, glaube ich weiter nicht. Hm. Ist so doof. Ach, jetzt so klappt's. Ah, cool. Sehr merkwürdig. Ich musste doppelt drauf machen, hat das funktioniert. Hä? Nee, nee, geht auch nicht. Oh, schade. Voll verarscht. Irgendwann kann ich ein Gemälde klauen. Das war ganz praktisch. Nimm alles mit, was wertvoll ist. Ne, ich habe gerade ein Kissen mitgenommen. Ja, sonst ist hier nichts weiter. Ich hätte, man kann hier irgendwas untersuchen, aber jetzt ja gar nichts. Ja. Merkwürdig. Ich klicke mal hier auf die Spaltreise hier. Illuminatenauge. Ähm. Ist das jetzt ans Ende der Zeit wieder? Nö, das ist einfach nur jetzt eine neue Markierung, glaube ich. Mehr oder nicht. Aber, ja, deswegen ja, wir haben jetzt noch was Neues freigeschaltet. Na ja, dann gehen wir mal zum Ende der Zeit. Auf, auf. Ja, bis jetzt die Unendlichkeit. Jetzt ist irgendein Tor hier offen, wahrscheinlich. Mhm, wahrscheinlich, ja. Na gut, machen wir jetzt ein bisschen mit. Woher wisst ihr, dass wir einen weiteren Sternstein gefunden haben? Ja, Südnensauce ist hier irgendwas offen. Wo bist du denn hingegangen? Na, der Typ redet doch mit mir automatisch schon. Ach, der steht hier direkt auch so. Hier ist ein Huhn. Party, Löwe. Hübschen. Es ist alles verbunden, irgendwie. Du, dieses Ort, das Void, die Steine. Was hat dem jetzt das neuen Portal entdeckt? Du hast nicht imaginiert, dass ich versuchte, es zu explorieren. Für dich? Nein, nein, nein. Das wäre das größte Unmännlich. Und nicht zu erwähnen, Na ja, die... Nein, ich bin sicher, es ist nichts. Es ist nur, dass, außerhalb des Portal, ich habe eine... ...wenn, eine Presence, die ich nicht für mich sehr verraten kann. Es ist auf einmal sehr künstlich und schlappend. Vielleicht nur eine Schau, vielleicht mehr. Aber das ist nur Spekulation, natürlich. Komm, komm, lass ich euch den Weg zeigen. Als du deine Crew bist, kannst du genau wissen, was wir sehen. Okay, also ich würde sagen, das ist doch ein super Cliffhanger für diese Folge. Wieso? Die Folge können wir noch weitermachen. Ja, wir sind das bei Öffentlichen. Also Cliffhanger für den Arsch hier, Freundchen. Was zum Teufel? Was ist denn da für eine? Alter, was da alles rumliegt? Drück doch mal alt, Alter. Ja, klar, aber... Ich sammle jetzt hier alles auf, ey. Gib mal die Trulle an, die da sitzt. Mir egal, ich sammle alles auf hier. Drück mal alt, Alter, das ist eine ellenlange Liste. Ja, ich weiß, ich sehe es. Ich weiß, das ist ja wertlos ziemlich. Scheiß drauf, einfach einsammeln. Du weißt doch hier, Jäger und Sammler. Das heißt, dass die alle den Zusatz am Ende der Zeit haben. Ja. Interessiert ihr auch nicht, dass wir die ganze Einrichtung klauen? Ja. Hier goldene Teller, Alter. Wenn du fertig bist, dann werde ich mal mit dir quasseln. Ich guess, jemand anderes hat hier erst. Wunderbar, warum das ganze bestecklich ist. Gut, das ist ein Spanpergel. Lecker. Es ist halt wie jedes Rollspiel. Du kannst hier jeden kleinen Scheiß klauen. Ja. Oh, Junk. Schon wieder Müll. Okay, ich frage sie jetzt mal mit dir an. Mach das. Ich guess, jemand anderes hat hier erst. Ich guess, jemand anderes hat hier erst. Sie ist anscheinend überrascht. Es ist anscheinend irgendwelche Wächter, die sie hintergangen hat irgendwann mal. Okay. Das seid ihr schwach geworden. Ach du Scheiße. Die sieht aus wie eine Triade. Oh, Junk. Dass es zu diesem gekommen ist. Woe zu der Welt, dass es zu diesem gekommen ist. Okay. Wie, das war schon? Hast du irgendwas weniger zu ihr gehabt? Ja, ihr hattet, helft mal. Wenn ihr eure Begleiter fortschickt, werden sie sich hier ausholen. Okay. Okay, dann kann ich dich ja hier lassen, oder? Ich wollte dich grad wegschicken. Oh, da ist noch ein Typ am Ende. Ach was. Ja, hier ist noch einer, mit dem man reden kann. Wo rennt die denn jetzt in die Nähe? Doch, Schlampe. Jans Meiten. Was ist das für ein Name, ey? Hey, der kann mit uns mitgehen. Der was? Oder so? Mit einem Schrankkrieger und anderer Seite würdet ihr sicher sehr gut aussehen. Ich würde aber niemanden mitnehmen, der schon von irgendjemanden da gelassen wurde. Den schon irgendjemanden da lassen wollte. Ich wollte wirklich etwas besser finden. Jetzt hab ich den Tisch leer gemacht. Oh, der ist oben wieder. Ah, guck, siehste. Oh. Hä, ist jetzt noch einer gekommen? Oh. Hast du nichts gemacht? Handlange anheuern. Oh, warum machst du das denn? Das kostet bestimmt Geld. Keine Ahnung. Also von mir kriegst du keinen Cent, wenn du dich verschuldest. Es ist die Hand, ein Räuber. Das ist doch praktisch. Der sieht aus wie, äh, wie ein Charakter aus Dragon Age. Irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob die was kosten. Okay, es gibt welche anscheinend für jedes Level. Was? Oh, hier ist ein uralter Brief. Guck ich mir mal an. Okay. Ach so, es kostet tatsächlich ne Gebühr. Na super. Oh, geschätzte generelle. Ganz Riverdon ist euch zu Dank verpflichtet. Ganz Riverdon steht in eurer Schuld. Gütter und Könige verneigen sich vor euch beiden. Und es ist... Ach, na. Wenn ich durchlesen will, kann ich durchlesen. Wenn wir uns alles durchlesen, ist es dann hochzulange. Also man kann hier Leute anheuern. Für Gold. Hat ich auch schon gut, aber warum? Kross und Kissen. Hier kannst du ein Kissen mitgehen lassen. Falls wir mal unterwegs schlafen müssen. Das wäre irgendwie cool, wenn sie mal so Spielmechanik einbauen würden, wie das so auch mal unterwegs hier so kleines Lager aufbauen musst, und mal schlafen musst. Das stimmt. So ein Rollenspiel ist Survival-Game. Das wäre irgendwie cool. Das stimmt. Oh, das ist eine Truhe. Was ist dranne? Eine Lunte. Wow. Ich bin begeistert. Ah, wir können ja noch was schlafen lassen. Nein, sonst ist es noch immer. Im Bücherregal mal gucken. Oh, das ist ein altes Tagebuch. wie gesagt wenn sie durch diesen will neue rezepte steilbar ja die habe ich gerade dem typ abgekauft kaufst du steilbar ein rezept für steilbar was genau drin das stand ja nicht drauf hat sich also nicht gelohnt naja überall haben wir ein neues rezept ziemlich schlecht hast du alles dann können wir auch an der stelle die folge wenden ja das ist ja und wir müssen mal eine handlage anscheinend oder also ich hatte den hättest schon bezahlt das beste du wirst von der frau abgezogen naja eigentlich nicht das ist das spiel ja komm jetzt hier noch nicht der die voll fertig gemacht gut dann setzen wir uns noch mal hin und jetzt ein bisschen aus hier genau bei dir sieht man das gesicht hat ich habe das gesicht gerade gesehen bei dir wie ich da sitze wollte deine hand verschwindet in einem rock was machst du was machst du unter dem rock die hand hält noch still ja die bewegt sich nicht dann weiß ich ja schon was wenn hier die kamera jetzt aus ist gleich wir sind ein paar hellen setzen uns erstmal hin und machen uns ein dance ich hoffe euch hat die folge gefallen und wir sehen uns beim nächsten mal wieder tschaui 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 tschaui